Hiho und willkommen zurück bei den lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde zu die Siedler Sieben. Die Chronik von Tandrien. Also ja, der Add-on DLC-Kampagne. Oh, hier macht's schon viel Aua. Also jedenfalls kriegt Kondra den gerade übelst auf die Nase. Okay, wir haben Hygiene erforscht. Sehr schön. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Forschung gerade. Also 4-2. Oh, Kondra den zieht sich gerade in mein Territorium zurück. Ja, wir haben zum Glück Ballistik und die starken Mauern. Und das heißt, ein Angriff auf unsere Gebiete dürfte ein bisschen wehtun. Hm. Und ja, Architektur sollte ich dann auch mal freischalten. Dafür bräuchte ich dann doch mal 4, 2 und 1. Befestigung ausgebaut. Oh, wir haben die Befestigung unserer Hauptstadt ausgebaut. Das ist auch gut. Gebt 8. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Oh, und Kondra den holt sich noch. Befestigungsausbau beendet. So, unsere Produktion sehen ganz gut aus. Wie viele Metzger haben wir denn im Augenblick? Eigentlich nur einen, oder? Ja. Ja. Wie viele Metzger Hmmm. Hm. Na komm, bauen wir hier Metzgereien noch zwei Stück auf. Also wenn ich gerade so gucke, gute Wohnhäuser, Metzgereien, eine. Mit der Schweine, Großschweinezucht, die ich hier habe, dürfte ich mir noch zwei leisten können. Oh, und ich brauche dafür ein Pappen. Ich brauche noch zwei hiervon und einen hiervon extra. Also ja, die kann ich schon mal losschicken. Ja, immer halt drauf achten, dass Dracorian seine Burg aus der Kirche ausbaut. Was auch ein bisschen doof ist, aber ja, die einzige Forschung, die er mir gerade so wegnehmen könnte, auf die Art und Weise. Die erforsche ich jetzt so gut gerade schon. Da würde er eh nur noch an die Totenbeschwörung rankommen. Ja, ich brauche noch ein paar Fragen. Ich brauche mich doch irgendeine Verse und ich kann es nicht wieder berückschwegen. Aber das ist ein paar Sachen, die ich schmerzen, wenn und nicht auch eine schwere Musik zutaus rodzact Chemnitz highway. Ich brauche sie einen Kuss, das entschulkne ich mal. So, bauen wir da mal das auf. Schicken jetzt unsere Geistlichen los. Einer ihrer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Eine neue Technologie wurde von eurem Geistlichen ergriffen. Sehr schön. Jetzt könnte ich theoretisch mit zwölf und zwei den hier einfach bekehren. So würde ich die Türme behalten. Das wäre eine interessante Idee. Also zwölf hiervon und zwei davon. Weil das ist ja das für die Bekehrung. Ja, sind weniger Geistliche. Ja. Na, Rowin hat es schon ziemlich viel Verlust gemacht hier. Das Tisch. Ah, interessant. Das ist Prestige, oder? Plus? Ja, ob ich in der Mission auch großartig auf... Sehr gut. Jetzt können wir anfangen. Also ja, euch gleich mal bessere Verpflegung geben, weil wir was haben wir genug. Aber ja, jetzt können wir anfangen, alle Lagerhäuser auszubauen, die wir so haben. Oh, und hier in unserem Neuen eine Bauhütte zu errichten. Bauhütte bitte nach ganz vorne. Du bist schon maximal ausgebaut, da hinten. Ja, das Lagerhaus, das können wir auch noch ausbauen. Das Lagerhaus ausbauen. Gebäudeausbau fertiggestellt. Und hier alle Lagerhäuser noch ausbauen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Und ja, ich sollte das hier dann auch eigentlich einnehmen, also Dracorian wieder wegnehmen, bevor er es befestigen kann. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, also... Und wir wollen dieses... Diesen ausbauen. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Mann, gibt es hier viel Eisen. Ja, ich könnte einfach die Bäume hier fällen und da noch mehr Walzen anbauen. Also hier noch eine Walzenfarm errichten. Oder halt da hinten etwas weiter hinten. Hauptsache wir Walzen. Das Holz hier wird ja von jemandem benötigt. Gebäudeausbau fertiggestellt. So. Ihr werdet von feindlichen Truppen angegriffen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Da greif ich mal sie an, während sie mich angreift. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Gebäudeausbau fertiggestellt. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Nein. Am ersten Schein ste Bernbab 西. Wo ist es, wenn du schon?! Na, liegen Sie? Na solle ich heute bin. onionите Pseisch 차�blocks. Wie geht's jetzt auf jeden Bereich? Er, wer hat das? Schミ, ich bin schweif... Ich gebe zu, hier wird es ein bisschen eng gerade. War nur ein bisschen. So, hier dürften wir ja... Genau. Ein neuer Sektor ist unter... Wie könnt ihr euer Antlitz ertragen, ihr, der ihr stolz und freien Sieler das Land liebt? Insofern euch schämen, den Titel König zu tragen, werdet ihr doch nichts als ein Tyrann seid. So, dann greifen wir sie noch von hinten an. So, dann holen wir sie. So, dann schütt sie noch... So, dann schütt sie noch mit ihm. So, dann holen wir sie noch. So, jetzt wird es der Leuch. So, dann schütt's takes auf, dann schütt's und freien sie zu. So, dann schütt's wir sie noch mit ihm. So, dann schütt's und steigt das um... So! So, dann schütt's dich immer wieder. Ja, ich habe eine Schlacht gewonnen. Wieder zurück nach da. So, jetzt würde ich gerne mal hier meine... Farmen errichten?